Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute gibt es wieder eine Kill-Combination, wer damit nichts anfangen kann. Ich schneide einfach aus den letzten Gameplays ein paar Kills zusammen. Das kommt auf jeden Fall öfter auf meinem Kanal. Die ersten Kills sind schon ganz interessant, denn da bin ich in zwei Runden komplett solo unterwegs, nachdem sich meine Teammates verpisst haben. Und ein Highlight ganz zum Schluss, also guckt es euch bis zum Schluss an, denn da kommt ein Highlight aus meinem Stream oder aus einem meiner Streams. Das gesamte Squad von mir war schon down, inklusive mir. Und ich hatte einen Abonnenten dabei, FreeGamer25. Und der hat das letzte Squad, die war noch zu dritt, komplett alleine geholt. Ist richtig, richtig stark geworden. Lasst dem Video gerne einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. oh x-ring is far a shooter reloading enemy down reloading a champion just fell opening fire on the enemy I'm taking fire enemy down reloading I've fallen new kill leader kill leader eliminated attention inbound reloading 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 enemy down I'm taking to cut the whole squad to cut the whole squad aber da sind welche da links von mir ja das sind doch da stehen einer kommt zurück der ist runtergefallen ja bei uns auch die 90 schon ein bisschen geil auf die nähe dahinter hier direkt hinter der tür wir müssen jetzt aus keiner schaut dann doch auch da noch einmal dauern lauf 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 jawoll wirst du angepumst noch nicht aber ich bin die halt das kann so nicht sein dass wir so also nicht unmittelbar ich habe gerade gescannt da das war auch der falsche die erste packt habe keine muni habe ich ich bin hinter die sind hier im haus da ist er da sind alle beide warte mal kurz ich muss mich mal heilen ich habe es noch einmal eine begrüßung für sie jawoll er stand direkt vor mir ich finische den jetzt hoffe ich hier ist einer da ist er stopp stopp leise leise hat uns noch nicht gehört was ist los alter ich sehe niemanden einer ist da einen habe ich wo ist der andere der ist bestimmt noch im haus den habe ich auch also 15 dings auf die sammelt schon also ich könnte jetzt leute mit 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 aufsetzen quasi jetzt wollte mich einer bunsen der hatten turnen passiert ist ja einer ich finde schütte immer schnell Okay Oh Flicky Platsch, so es bin ich Das ging aber schnell, der hat hier so komisch so So, alles klar Ich werde aber auch beschossen Ja, sehe ich da hinten Wo ist er? Bei mir ja Da warten wir doch nicht Finish him Ich brauche mal noch ein paar Finisher auf meiner Liste Ich auch Dein Messer Warte, ich laufe drin rum D ist rechts rum Läuft sehr geil Gegner bei dir Ich kann nicht machen Der hat ein lieder Schild Gut, der hat kein Schild mehr Das war ein einziger Ich gehe von hinten rein Ich gehe von hinten rein Ich gehe von hinten, ich stehe Ich gehe von hinten und schauze Ich muss zumader Was Ich mache die Ich muss nachladen. Das ist nicht dein Name. Komm her. Schneller, 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 schneller. Jetzt ist es komplett down. Sehe ich den Gegner nicht. Er verpisst sich. Ich habe ihn genockt. Ist nicht gut. Den wollte ich haben, den wollte ich... Da, 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 ja! Nice, sehr nice, sehr nice. Im Kino? Oh, geil. Das waren so wenig Punkte in diesem... In diesem... Na, zwölf... Was war es? Zwölf zu drei? Alter, das machst du hier richtig stark, was du hier gerade zauberst. Wenn er jetzt den Sieg noch holt, ich flippe aus. Das wäre echt heftig. Ja, das war ein sehr, sehr langweiliges Spiel. Zone kommt. Zone. Achso, er rafft es, er rafft. Daumen hoch, Daumen hoch. Geiler Sieg, geiler Sieg. Macht er die noch alleine platt. Super. Sehr, sehr geil. Runde. Das ist mein dritter Sieg heute. Dank FreeGamer 2. 625. Alter.